Unser Erfolgsgeheimnis ist wahrscheinlich das, dass unser Restaurant aus vier wichtigen Säulen besteht. Für mich ist die erste Säule die Qualität der Küche und die zweite Säule ist die Effizienz und das Zuvorkommen des Services. Und die dritte Säule ist für mich auch wichtig, das Ambiente und auch natürlich die Sauberkeit des Restaurants. Und die vierte Säule ist die Kommunikation mit den Gästen. Zwei Michelin-Sterne. Der Star-Koch Asiens. Elvin Leung im Restaurant Goldene Pagode. Ich nenne das extrem chinesisch. Es gibt viele chinesische Influence in all meiner Kreation. Und ich gebe Ihnen eine andere Erfahrung. Ich nenne es eher extrem chinesisch. Er wird zur Zeit als kreativste bzw. innovativste Koch in der asiatischen Gastro-Szene bezeichnet. Well, you know, I have many idols, my main idols. But the three main, you know, chefs that have influenced me, I've said was Robichon, because of his heart. I think Ducasse, because of his brains. And Ferran Adria, okay, Ferran Adria, because of his courage. I think, you know, with heart, with brains and with courage, a lot of courage, you can, you know, produce very nice cooking.